Es ist wohl das größte Wunder 2023. Ein 13-jähriges, ein 9-jähriges, ein 4-jähriges und ein 1-jähriges Kind überlebten 40 Tage lang allein im kolumbianischen Dschungel. Und was sich wie eine Legende anhört, ist tatsächlich wahr. Bereits am 1. Mai stürzte ihr Flugzeug im kolumbianischen Regenwald ab. Hierbei kam die Mutter der Kinder, der Pilot und ein indigene Anführer ums Leben. Das Flugzeug wurde schnell gefunden, die Kinder aber waren weg. Diese machten sich wohl unter Führung der 13-Jährigen allein auf den Weg durch den Dschungel. Auf diesem Weg verpflegte das 13-jährige Kind offenbar auch die anderen Kinder. Als Angehörige einer indigenen Gemeinschaft kannte sie sich offenbar gut im Regenwald aus und fand auch essbare Früchte. 40 Tage und 40 Nächte nach dem Absturz wurden sie nun im kolumbianischen Dschungel lebend von Einsatzkräften gefunden.